Herzlich willkommen bei UD-Technik, Ihrem Profi für Handwerksbedarf in Nordwalde bei Münster. Auf 800 Quadratmetern Ausstellungsfläche finden Sie alles, was das Handwerkerherz begehrt. Unser umfangreiches Sortiment reicht von Bohrmaschinen und Kettensägen, über Lacksprays und Eisenwaren bis hin zu hochwertigen Handwerkzeugen. Überzeugen Sie sich auch von unserer großen Auswahl an qualitativer Berufsbekleidung. Darüber hinaus finden Sie bei uns Sicherheitsschuhe bekannter Hersteller. Bei Fragen zu unseren Produkten im Bereich Arbeitsschutz beraten Sie unsere freundlichen Mitarbeiter. Für optimale Sicherheit auf der Baustelle oder im Betrieb bieten wir Ihnen die entsprechende Arbeitsbekleidung. Ob Blaumann, Warnschutz oder flammhemmende Bekleidung, bei uns werden Sie fündig. In Sachen Qualität gehen wir mit unserem Handwerks- und Arbeitsschutz-Sortiment keine Kompromisse ein. Überzeugen Sie sich!